Das Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone endet. Das Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone endet. Wir zeigen dir effektive Pfadfinder-Techniken. In der Natur kommt es auf dich an und was du drauf hast. Wir stehen für unsere Prinzipien ein und für unseren Glauben. Wir stehen für unsere Prinzipien ein und für unseren Glauben. Wir vollbringen Leistung. Widrigkeiten treten wir mit Entschlossenheit entgegen. Wir stehen für unsere Prinzipien ein und für unseren Glauben. Ich möchte Mitglied der Equipe TS werden und will mein Versprechen bewusst nehmen. Ich bin bereit. Wir gehen an unser Limit. Bei jedem Wetter. Herausfordernde Aktionen stärken unsere Kameradschaft. Wir stehen füreinander ein, Seite an Seite. Wir sind die Equipe der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Wir erleben Abenteuer. Wir sind Equipe. Wir sehen uns ganz herzlich. Und wenn etwas